Nein, ich tritt jetzt nicht bei. Ihr kommt nicht bei mir rein. Warte, ich mach öffentlich. Ja, ich kann ja nicht, dass das privat macht. So, Fabio. So, Fabio ist dran und da machen wir uns auch dran. Ey, Marvin, der Verlust tanzt echt, ey. Ich passt nicht zu dir. Hort auf, die Stumme. Wir sind schon voll. Hä, warum du's? Was für du's? Ach, der Teams, Mann. Ich hab' den anderen Katzenbeut. Ich hab' den anderen Katzenbeut. das ist doch nicht wie ein kolibrier ich kann nicht sagen wir wie du wie du bist auf youtube die lauter bist in der platz zu bleiben du gehst party dann gehst du party einstellungen zulassen dass deine stimme geteilt wird und dann immer zulassen dann hört man dich in der party volllaut unter über verlassen über verlassen ich hab sie eingestellt ja immer immer zulassen ist das eingestellt ok ich muss nur noch machen bei dem hat man nur noch leise in der party bis laut aber youtube beim livestream da bist du halt leise muss genau das gleiche machen wie der marvel fabio fabio erklärt den erklärten lucky das jetzt damit das machen kann oder nach der schweckers ein warte und hier ist gegner an an Pampampampamp und die Städte ist der Erzlack die Morte Götz sich auf das Spiel hier Hallo auf das Spiel Automan um abendu nach wie auch auf Auto ich habe mich und letztlich sind nicht so auch war mir auch so locker und schweiß das ist ein spiel das was alles kann ich traf keinen schuss was hat er kommt zuerst lucky jetzt mach mal mach mal das damit man sich hören kann warte wo geht es einstellungen auf party dann party einstellungen und dann und erhält immer zu lassen ja ich hab hier noch ganz komisch an ja das ist normal so hat der rock und er hat mal vom schoss ich hab mich mal hat jemand da hat das muss ich halt so leben ja ja krebs die habe ich habe da oben ist meine kannst du nicht und war was ist ich konnte darüber nicht hüpfen ich liebe mich machen ganz bedaufe um m ich habe schon zwei Kiebs in der Lernkirche ich habe ein auch Fabio auch so kann man nie kann es mir geben hat nur fünf Schuss 12 Uhr geschenkt ja ich war auch schon gesehen Okay, braucht doch keiner mehr. Ich muss nicht, ich muss nicht immer noch dort. Habe ich jetzt geöffnet. Auf den LKW. Guck mal, Lucky. Äh, Krypto, äh, Marvel, guck mal zu. Och, Digga, das ist so schön. Äh, bruh. Öffne es. Ich schätze, es ist eine Heavy-Sniper drin. Geh auf. Ja, Mann, das schlechteste Waffe. Ja, Mann, bei fahrwürdig, ein Slurffy. Ja. Ja. Ich gehe jetzt ohne Leute. Geh auf. Ja, ich fühlte einfach, ja, Mann. Die Lüftung und Biggie in der... Nein, ich bin voll. Nein, ich bin voll. Du bist voll, ja, Mann. Nee, Lucky kann den haben, weil Lucky hat kein Schild. Ja, doch, der hat das Slurffy jetzt. Nee, ich will trotzdem nicht nur nicht. Ich komme. Lucky, nein, ich wollte was fragen. Ja, was wolltest du mich fragen? Was ist dein Gesetz? Ey, Digga, du willst von allen, die sind sich wissen, ne? Warte, ich schau gleich. Ich, ich sag mal, jetzt 071 überall, 050 und 121. Ey, komm jetzt. Lucky. Ich komm ja schon, ne? Lucky, hast du es jetzt so gemacht, dass man dich hören kann, ne? Lucky, ja. Okay, mal du, Lachin, ja. Oh, mich geht jetzt wieder. Da, 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 da. Mach mal dein Auto aus. Tut weh, weil ich bekomme gleich ein Burger. Oh, Junge. Was für Auto ausmachen, hä? Digga. Ich bekomme ein gleicher Burger. Kein Auto ausmachen. Ja, im Stream mal, im Stream, Digga, im Stream. Fabio, eine Frage, isst du nur Burger? Weil du bekommst jeden Abend einen Burger. Na, meine Mama, die holt immer was vom Essen. Halt meine Mama, äh, holt halt beim, hilft halt beim Schließen an. Ich weiß nicht, was du dann auch gerade das hätte ich machen kannst, ne? Ich brauche das mit der Boogie-Bombe. Kropto. Ja, das ist auch mit dem Geschenk. Das kannst du auch, Geschenk oder Boogie? Hier ist noch ein Biggie. Hier, hier, gehen wir. Geschenk oder Boogie, das ist egal. Ja, wo ist es? Oder Mabel? Oben. Ach, wo oben? Wo bist denn du? Hier, legt. Hier. Sag er mal. Hier. Bei mir. Ah, wo? Hier. Oben auf dem... Ach, da. Ach, hier. Du bist irgendwie schwer von Begriff, oder? Gar nicht, das zählt gar nicht, ne? Ich habe da standen nichts. Lucky, warte, das ist für Kruppe, das ist für Kruppe. Ich brauche eine Boogie-Bombe, Mann. Du bist voll. Ich bin voll. Keine du, deinem Du, deinem Du, deinem Du. Ich habe keine... Äh, keine... Ach, ich habe eine Aufgabe, ich werde nicht. Ja, ich nicht. Ich brauche eine Scheiß-Boogie-Bombe. Ah, Lucky! Lucky, komm her, fahr raufwärts! Fahr, fahr, fahr... Ich habe keine Match-Digger. Piep, 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 piep. Lucky, komm doch her! Ich habe keine Match-Digger. Ohne Lucky fahre ich auch nicht los, ich kann nicht raus, ich kann nicht rausgehen, ich kann nicht rausgehen. Thank you, thank you very much. Man, komm, jetzt ist Lucky. Yeehaaah! Wir sagen, yeehaaah! Boing! Da ist noch ein Füß-Fuch, oder? Äh, äh, äh... 1, 7, 8... Marvin, wie guckst du gerade zu? Nein, nein, ich will noch nicht gehen. Ja, du darfst aber noch nicht gehen. Ja, um 1 ist was. Marvin... Mosketa... Wir bürgen 3... Es hat gerade ein Pilz, nee, ich glaube gar nicht. Ja, wirklich voll. Kann mir überhaupt welche diese Kluft? Nee. Oder? Weiß nicht. Eine Maschinenpistole, endlich, oder? U... Uu... oh da kannst du jeden hören der gerade geredet hallo und alle die gerade reinnehmen hallo und alle die gerade neu eingeschaltet haben der ist ein richtiger ehrenbruder du auch lucky ihr seid alle ehrenbrüder dinger ehrenfrestern ich glaube wir gehen da Frauen Sniper juhu oh wir sind voll in der Mitte, nein, jaha ja lass mal weiter lucky man kann ich nicht schon aber ich hab auch immer zu lassen ich hab guck dazu das ist schmerz rede mal lucky die ganze Zeit hallo 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 hallo, hallo, test 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 was? die lucky die ganze Zeit gehören das ist doch gut äh lass mal hoch zum Flugzeug, okay? oder ähm, das ist noch weiter in der Mitte wenn ich dich höre, dann kann auch jeder andere ihn hören also glaub ich es nicht ja komm oder digga sogar ich höre ihn wenn du ihn nicht hörst, digga dann ist dein Handy getrun ja, ja, ich höre ihn auf ja, ich höre ihn auf ja, ja, oh ich höre ihn auf ja, den lock hier ich glaube er ist schwer von Begriff ich bin schon voll nein was ist da drin hier ist eine igel wer will ich gehe ich gehe ganz anders flugzeug war gut ja ja noch nicht schon kannst du kommen sogar ich war lucky und ich habe mein handy schon seit zwei jahren kommt da wo gehst du hin ich habe gerade bei mir ist ja kommt mit flugzeug oder so keine ahnung kommt aber aber nein nein ich will ich nicht mit flugzeug zu tun habe ich habe mich das was er wusste jetzt in zweiter oder orte leben gerettet hat voll vieles doch komm jetzt noch der ist Arme okay Dankeschön, also hätte ich euch nicht, wäre ich schon gestorben Kein Problem Bisse für dich da, äh, komm Ja, für euch alle da Ja, für euch alle, nein Spaß Ja, ich mach mich da, der hat mich hier oben gehört Aber dann bin ich wieder gestorben Ja, weil ich da bin, ähm, die Größe Krabbe Ich hab noch ein bisschen Eier, von euch Ja, ich hab 420 Ja, ich hab 420 Ja, hol mal von Krypto Ja, hol mal von Krypto Ja, 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 ja Ich bin mir erst mit Ehrenmann und hab ihm was gegeben Will-Ware Rocket Launcher Money Ich kann mich mal mitnimm Ja, äh, Krypto brauchen Ja, ich hab, ich hab schon 16 Ich hab schon 16 Ja, okay, nehm du für Krypto auch mit Jo Ja, früher konnte man 61 immer machen, ne Das war ein bisschen zu krass Ja Ja Aber dafür hat es Spaß noch Jo 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 Ich lieb diese Musik, ne Ich auch Ich feiere dich so hart, Alter Von freiem Flow? Oder was? Ich geh jetzt auch hoch auf den Berg, Alter Ja Da wo auch oben ist jemand Ja, deswegen geh ich auch dahin Da ist Wo, Urban? Habt ihr mit? Oh Ich hab Angst Mama, ich mach Pippi in die Hose Mein Schlitter, Urban Scheiße Man kann nicht hören, Lucky Man kann auch nicht spieren hören, ne Hehe Man kann ALLE im Spielen hören, ne Hehehhehhehhehhe Doch Das war Oh Oh Nein! Laki, wenn du jetzt nicht geschossen hättest, ich hätt' getroffen. Und du fliegen welche her? Das sind nicht die Stücke. Ich weiß, ich weiß, aber ich hätt' nicht getroffen. Komm, komm, äh, krieb doch! Hallo? Komm mit! Ich komm noch! Er ist der beste Spieler EO West. Jawoll. Ein Hütter, ein Hütter. Ja, wieso komm ich denn überhaupt noch? Ja, ich hab' gedacht, der ist so schön für mich. Papa, wie viel Kild hast du? Ich kann deine Kilds grad' nicht sehen. Er hat drei. Ich auch. Ich hab' einen, äh. Ich bin so gut. Ich hab' Angst wegen den da oben. Ja, ich glaub' der eine geht mit Jumpert oder so. Da. Wie viel guck' mir grad' zu? Dann kann' alle. Oh nein! Der ist halt grad' drauf. Ey, oben auf den Berg! Um, um! Ey, Lucky, Lucky. Lucky. Ja, ja, ja. Vier Leute gucken mit zu und du hast vier Kilds. Ja, Mann, näher. Ich guck' dir auch zu, du. Dann kann' alle, die man grad' zugucken. Boah, Digga. Bitte, fühl dich gern. Ey, Digga, Lucky, verspann' man nicht mehr'n Weg. Jungs! Boah, Digga! Hilfe! Ich bin zu doof, Digga. Ich bin nicht zu gut. Nein, du schießt jetzt nicht hier runter. Hab' einmal getroffen. 105er Hit. Ähm, ähm. Aber hinten hat Front, ne? Front, ne? Aua! Oh Gott, Digga, was gibt's? Superhits. Nein! Hinter mir! Nein! Ja, ich hab' den einen, ich hab' den einen getötet, der dich getötet hat. Ähm, mach' den. Lucky. Lucky. Egal. Egal, 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 egal. Ich hab' den Bauch tut zu weh, äh, egal. Der Mann hat den schönsten. Wenn wir noch einen hätten, dann hätte es vielleicht... ...hätten alle gekommen. Ich wusste halt nicht, dass er da war. Das hätte ich sehr mitgekommen. Aber, Fabio, ich hab' den getötet, dass er getötet hat. Danke. Der war ganz alleine. $1. Ja, ich hab' diese sind, äh, Festgeleo... Keine Ahnung, äh... A시죠. Hehh? Vorausschleude, hhhhhhh the villain. MhrmD. Ja, da ging高 an gemachter... G geg 34 s gener equation Das kann ja auch perguntern sein da ich habe noch zu sowieso so schön es ist immer muss ich wieder alles eingeben und ich weiß nicht muss ich alles wieder eingeben wo ich wohne Prozent ihm Adresse um so ein scheiß mehr kein Bock drauf Reicht schon, dass ich bei YouTube das gemacht habe, ne? Oder eher gesagt, mein Bruder, und das hat auch einige Stunden gedauert. Spiel mal mit Tastatur und mache vier Kills. Ja, Moin, Digga. Ja, okay, dann mache ich nach dieser Runde und dann schluss. Aber dann geht die Mutter da, wo er kappert. Oh, kapper. Ja, ja, geht mit den 100 Euro. Immer ein Kild 100 Euro, ne? Ja, kann ich gerne machen. Wenn ich Noobs bekomme, dann, Digga. Ach, Digga, shit. Oh, oh, gehen wir hin. Jawohl, Digga. Aber dies bei uns. Ah, jawohl. Nur noch Gucci Prata. So viel Geld habe, so viel Geld habe ich. Ja, eh nicht. Ja, meine. So viel Geld habe ich, ja. So viel Geld habe ich. Okay, dann machen wir zehn Euro, zehn Euro pro Kill. Hm, nein, Spaß. Oder ein Euro, ein Euro, ein Euro, ein Euro. ich will irgendwie ein Euro beweisen wie geht es für uns gehen wenn du kein PayPal hast die Haukette wir lernen wollen ja ich habe einen Träumen als es verkündet wird leider nicht so viel vorgesehen schon wieder so gut wie tot danke der hohe wieviel schreibst du bitteschön stirbt alle die da drin sind ach so farbio du warst doch der das war ich das war ich auch egal da kommt der schwarzer Ritter ich komme und schwarzer Ritter bei mir ist einer was wieviel soll ich in ein Loch geben ja Lucky looted erstmal schön ja schau mal ach so hier meine wir sind alle so los ich hab ihn aber gekillt verdächtig ja wie schlau ausmachen ey jetzt das ist einfach ich hab dich nicht das hab ich hol kein bock nein nein oh ich werde so gemobbt ich bin auf jeden Fall du gehst raus hier Mann er hat auch schon gelootet ohhhhhh Hallo wir sind zu verdoppeln haupt haupt ja doch ich bin gelootet du hast zurecht ich in Ben gelootet der du die anstatt mir zu geben ich brauche nur noch einmal anstatt anstatt mir die zu geben verbrauchst du dir wieder nein haben 15 schuss mann mache ich später war laut der haupt und grüßt hat alle sorgen für die nicht sterben danke nicht reißen danke und nicht vergessen abonnieren und leiden kennen schluss er wird mir wurden auch Dings der 7.15 Schuss wenn ich der Gehörer habe ich noch keine Ahnung und der Konferenz von mir hat ihn nicht gehen was ich brauche ist aber ich habe richtig viel krieg ich auch mehr abgesehen wir haben warum denn wohl nach mir ich habe ein Leben gerettet von diesem Flügelmann meine aber mann zu Flügelmann ich hab ja das war ein Krypto, du hast ihn für Krypto gerettet oder für Marvel Ich hab Kopter gerettet. Aber das verzeihst du mir doch, oder Kopter? Ja. Du hast einen Rift. Ja, ich hab's noch teile abgebaut. Okay. Zweitens noch digital. Nötig. Digital ermordet. Ernötig. Okay. Kommt die Lukas zwar irgendwie auch ein Moderator machen? Ja, ich weiß ja selber nicht, wie das geht, Mann. Hier, die sagen mir das alle falsch mit Klick raufgehen auf den Namen. Da steht, zum Kanal melden oder blockieren, ne, ja. Was sagen? Ja, Marvin. Tschüss. Ja, Marvin. Tschüss. Ja, äh. 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 Kommt so fest wie der letzte Sitz. Na und. Problem damit. Okay, der geht halt als nächstes Mal. Als nächstes Mal. Als nächstes Mal. Erster rein und ist mir egal, ob die da ganz weit hinten sind. Seit, Mann. Mich nimmst du nicht mit, okay? Schluss aus. Doch, dich nehm ich mit, Lucky. Dich nehm ich mit. Ja, 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 ja. Nee, nee, nee. Dich nehm ich mit. Dich nehm ich mit. Außer Fabio und, äh, Marvin. Was das für eine ignorante Person ist. Digga. Nee, nee. Ey, da ist ein Spieler. Rass. Er ist der beste. Oh mein Gott, er ist der beste Spieler. Jungs, Hilfe. Hilfe. Nicht, 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 nicht töten. Ey, Werden ihn jetzt töten. Oha. Digga, Digga. Was ist das denn? Er kriegt noch einer. Moin, er kriegt noch einer. War der mit. Oha, schich. Oh, nein. Er muss mich ein. Tack,zeitig habe ich hier, nehm ich gucke auf den Kopf. Ich hätte viele Schritte hier. Ich exercitze. Nein Höfe. Sack. Ne, mans. Der ist so laut. Voll und so laut, er hat noch Schild. Der kommt nur bei drei. So. Ehrer genommen. Kommt nur bei einer fin look. ist klar ich baue und er trifft noch man es lebt ja ich hab schon ich hab schon Feuer weggekommen und ich bin natürlich wieder geflüchtet es bockt warte ich bin doch einfach Lade Eisbohr ach so und der und den Lucky nicht ok ich will er den Lucky erstmal den Lucky der weniger Lucky I'm so sorry dass du jetzt stirbst nein ja weiß ich doch nicht zuerst war da einer und dann kommen noch so viele es ist n aber es hat Spaß gemacht Prozent ich bin ja noch nicht erkannt sie kann er nicht zu gehen auch wenn ich mich an der Null doch ich hab ein Leben langstreckt m st die Räume wird immer noch nicht die Sachen angezeigt und warum dann das nicht ich will mich für mich an halt er wird ein Bild an der Zeit ist ein Buch Stoffer nicht ich hab so was für mich die sind in den in er hat er Leute der einzigste der noch nicht Level 100 ist es Fabio es ist mal Fabio komm mal Marvin Lucky und ich haben hart dafür gearbeitet ja Digga Jajaja du enttäuscht uns wir haben hart dafür gearbeitet ja wir haben täglich 12 Aufgaben gemacht täglich 12 Aufgaben haben wir gemacht Mensch was du hast alle durchgekauft die alle he 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 du bist auch nicht viel besser vom Level her Jau wir hast ja auch gekauft ich bin le... Ich bin le... nur mal... Normalerweise ist das nicht level 60 Ja und du hast ja auch gekauft ne mit ein paar Stufen Reine ne 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 aber ich hab mich durchgekauft Nöne Alter du mit deinem Leben ist alles auf YouTube will es hier Hongs was ich habe ich jetzt erst mal geknüpft ich werde es auf die Pinnati-List Nöne Nöne Mann Losgallerschlägt mich Marveld warum machst du das hier schon wieder kaputt ey ich schaue das ist eigentlich so bester von uns dreißigsten er hat alles weiß es ist so weit ist so besser Prozent Spiegel gleich mal wieder nach ausspielen nein nein doch der Spiegel mit dem Team Pssss Kommt, Taki, komm mal! Was bedeutet es zu kommen? Taki, 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 du! Was für Taki, Taki! Taki, Taki, hier! Ja, Taki, Taki. Was für Joghurt, ich geb das, der Schickert. Ich geb dir gleich mal Joghurt. Kann man auch wieder falsch verstehen? Kann man den jetzt auch wieder falsch verstehen? Jajaja, äh, das ist von der Zeit zu Haus im Kühlschrank. Äh... Ja... Nicht ganz richtig. im unteren Bereich eines Menschen Oh, Digga Ey, Lucky, du warst schon, dafür kann ich ein Strike kassieren dafür, ne? Digga, andere beleidigen sich mit dem... Ich sag jetzt nütziger, ne? Und ich sag hier nur, ähm, habt ihr fettarme Milch oder Vollmilch? Ah, Digga Kann man auch wieder voll verfehlen, Digga Lucky, ich hab ja gedacht, du bist nicht so Oh, Digga, ein Leben Oh, Digga Lucky, soll ich den Verarbeitungsfotos Oh, Digga, ein Leben Lucky, da wird nichts zum heilen Spaß Es ist früh gesagt, hätte ich dir ins Läufe geben können I'm coming home Schon gut Ich... Ah, Digga Ein Leben, ja Äh, 51 Äh, 51 Meinst du, Lucky Du hast jetzt... 50 Schild und ein... Was, man? Wow Ich will nicht den BG Ich will nicht den BG Jemand anders soll den BG, den Fabian, und du den BG Ja, Fabian hat noch kein Schild Der ist echt extra Ab, will ich es hoch machen? Also... Plus... Ich hab... Ah! Scheiße, wie ne Ente beim Kacken Oh, Digga Das ist ne blauer Air Das ist jugendfrei Das ist jugendfrei Gib mir jetzt den BG Gib mir jetzt den BG Okay, äh, Marvin, hallo, ja, wo Gib mir nicht den BG, okay Merke ich mich? Ne, brauchst du auch nicht Ne, hast du dir jetzt nicht verdient? Hast du dir jetzt nicht verdient? Hast du dir jetzt nicht verdient? Lucky, da ist noch Verbände, ich hab Verbände für dich Lucky, nach Verbände Jo, Verbände Ist ein Wunderschön Für München Äh, was ist das? Jaa How, tog was? Hast du einen BGg whol? Ohb, warte, 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 warte Warte, warte, warte! Jaa, Warte, 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 warte Warte! Leute iš fliege Na, wenn ich jesnt nicht, dann lach ich Haha C'miyect Was? H Dést Hammkarrgeh Uhff Mass Was? Ich hab doch Ich hab doch Karma Ich hab doch Ich hab doch 바�ciendo Ich hab doch Iach Ich hab das... Bevor ich gelang... Ja, hier liegt's so, ne? Jetzt, hier. Da hat ich getroffen. Zeigt hier, was Fortnite ist. Kein Zoom-freies Spiel, okay? Okay. Ey, solange es nicht ganz ist... Was hab ich denn da gerade gemacht? Aber wie bin ich gestorben? Ich hab doch... Ja, aber ich hab doch... Ja, das Karm hat dich getroffen, jetzt hör auf. Wenn wir ne Skar. Ich, 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 Fabio, ich geb dir dann auch die Farmers. Ich hab einen. Ach, bruh, hinten ist gar nicht mein. Hallo, will jemand noch... Ich hab noch einen gefunden. Ey, guck doch, weißt du, was du noch bekommst? Komm her. Komm her. Da hin. Da hin! Da hin! Was? Da ist ein Boden, Digga. Hallo. Du, gib ich! Nein, nein, nein! Nein, 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 Du gibst die Heavy... 良 einige Schicksal. Ok. Geh ich jetzt mal je drüber. Ja, bich die Heavy! Ja, du bekommst sie. Ja, danke. Bele? Damit bin ich gut, damit bin ich gut! Prozent wie will man hier ist gar nicht nur lehren mit dieser Prozess ich bin nicht gut ich bin nicht gut schallgedämpft Prozent das ist so geil Digga wer hat Sniper Moni ne gebe ich dir jetzt nicht Digga, ich habe dir doch nisgar gegeben ja, aber das dir hier wieder etwas also Fortnite ist echt schon ein kompliziertes Spiel okay er wird sagt und konnte du bekommst ich hatte nur zwei jahre aber hier weil ich Ehrenmann denn das mein ganzes die Erwachsenen weil ich Ehrenmann ich nehme eh die Igel ey die Igel was? Lucky komm ja ich komm Mann ich muss niesen aber er guckt nicht rum in den Nieser das wollten wir jetzt eher nicht wissen aber gut ey wir waren welche ja das war doch der Gegner und der wurde ein Kind hm dicke nein der sein äh der andere da war noch ein Gegner der ist mit Auto weggefahren aber ich hab einen Vicky für dich hä nein ich hab den mit Quart getötet nein ja aber hinter dir war noch ein Gegner der mit Auto gefahren ist dann hat der ihn gesehen oh fuck ich hab ihn getötet und die Störner das ist das das ist so nachdem er hat ihn 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 hat er hat er jetzt hat man aufmachen mein Name ja ja mein Name ja was wollen wir in Arbeit samt Geld was Familie 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 gut okay danke ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin scheiße ja 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 noch geblieben ich nicht dafür ist er vorbeigeht dafür ist ja kommen alle vier Wochen von nur im Monat und es ist eben Kummer Lucky Daki suche mich mal und such mich mal bei jungen Nase was da ist ich habe hier zu tun Elke schnüffelt hatte ich wusste ich bin und der Wurzeln Mord ich bin Prozent er hat ihn an Prozent Fabio diesen Tanz aus dem Essener für den den Tatsachen der Kuh der was ich hatte war es schon mit der Schule der Wettbewerb L er hat mit dem Möbel mich nicht mehr um er hat sich nicht mehr die die umarmen 9 wo bin ich jetzt auch nicht weniger flugzeug machen wir haben auf Auge noch nicht ja ich hätte gelangt sein können macht sie ja auch nachher er hätte das war eine Gegner oder ich würde es mal wo war wir nehmen die aus der neuen nehmen und nehmen digital ist doch nur einer der alle auf einiger alle auf ein komm 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 hoch und auf hit gegeben ich schwör das ist der beste Spieler jung der neue die folgt du sollst sterben was nein da ist aber noch einer ja nicht dein erzt guck du ja die endlich ne anderes endlich die neue pumpkin schwere ich will auch was haben also das ist egal jetzt hab ich wieder guten Mut fahrer fahrer dass ihn einfach nicht getroffen hast der hatte nicht mal Schild also kann jemand ich hab zwei biggies das tut weh ja ich hab die biggies wer hat jetzt die biggies mitgenommen ich 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 ja ich aber wenn ich selber nicht brauche ich ja 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 ich hab die jetzt nicht mehr wir fighten gerade ja 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 richtige defaults ja basically ja neid das ist neuer ja ja also eher so ehrenlos bin ich jetzt auch wieder nicht mehr nicht so wie ihr mit spazierende menschen ähm er hat so nach so gut er geht um alles habe ich auch gesehen sind michael das ist nicht so mein kill der hat sich immer genannt oh 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 da ist einer das ist einer ich hab nur gedacht er wäre ein vogel er muss ja nicht besser aggressiv werden ja moin digga er war sofort tot weil ich mit dieser Pumgern und weil ich mit dieser Pumgern besser bin das ist ein bisschen ja ich kann mir geben ich kann mir geben egal die jahre ich wollte schon sagen trifft jetzt mutter Lacki komm her Lacki kommt noch her ja das ist so schön wir haben wir heute hier über den Markt 5 5 0 Moin äh 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 machen kann zu müssen haben die geben vor allem vor allem vor allem ich soll nicht klauen ich soll nicht klauen egal wenn du da hinten bist dabei ja auch selber haben älter vorweist was ich streit uns jetzt nicht mehr über den blut okay ich wusste dass schon wieder sowas kommt da vorne einer augen tun wir auch die gar nicht mann ey der zu wenig leben der zu wenig leben wer hat jetzt geklaut wer hat jetzt geklaut der wieso braucht ihr euch hoch wenn hier eine job hat lustiger 1 der dass das ist unsere runde nicht dein erz morgen ja kleine muni auf kleine muni ich habe ich habe 1013 ich habe 1013 harmonie habe ich auch 1013 sniper muni habe ich 214 Ich hab noch Lagerfeuer. Ich hab noch fast 400. Ja, kriegst du das voll Leben bei mir. Hab ich ja auch. Na, Digga. Aber ich schon. Ach so, du bist in der Zone, Bro. Marvin, ich hab noch Vanages. Komm mal hier rein, komm mal hier rein, Jungs. Komm mal zu mir. Alle, bitte. Ich greif heute gar nichts mehr, das ist nicht. Ja, hier, hier. Auch Digga, mach das nicht. Ja, Gott, na, tschau. Egal, du musst du hier raus. Hä? Hä? So, blut. Wir singen das Lagerfeuer. Der ist so, der Goldbewerb. Ja, war ich dir angelegte, wollte das nicht los. Ja, war ich dir angelegte, weil ich sie nicht haben will. Ja, hier hingegelegt. Ah, ja, 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 ja. Ah, hingelegt, ja, moin. Hm. Hm. Ich hab' keine Ahnung, da? Nee, man schreibt mir was. Ich sieh' die ganze Zeit, dich, da, Junge. Oder mach mal. Hat jemand's nicht von euch? Er hat uns gesehen, er hat uns gesehen. Nein. Ich weiß, nein, jetzt. Ich hab' nicht so gut. Oh, ich bist so klein. Oho, wo wurde es hinter? Ich geh' in der Kryptow, oder? Nein, von vorne. Die, 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 die dann Budgets, die dann Peaches. Achtet, ja, moin, Digga, bruder. das ich hab achtet im Leben und Bruder in er ist er heute gar nicht sein er war eine Stadt Atem ist geholfen werden wir nicht in der Mitte auch er war er ist jetzt und im Grund äh, hinkriegt was ist denn da? ey nicht die Wellen in den Hallen los, 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 komm, 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 komm nein das war peinlich was sind das für Lappen, Digga Bruder muss raus das war peinlich das war peinlich da vorne, Jungs, Jungs stop laughing auf nehmen wirs gehört hat wer kam das kurium Ja komm her Herg kick los warte du hast es noch zwei Leute denn Jungs zwei Leute ja ich habe gehört gut fast die das ist mir jetzt egal ja Fabio kommt wir machen auf Friskant wir beide Laki ich komm mit dir ja Fabio wir werden sterben Fabio wir werden sterben ATEMOS GAAAAAAA Wunder 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 Nein Nein ich wollte runter auch Marvin Digga ich hab ihn so lau geschossen 4 Kills ich hab 4 Kills Picken Digga ich hab 4 Kills wie viele Kills habt ihr gehabt Boah Digga 2000 XP 5 ich hatte 8 ich hatte 4 ich hab 4 Kills gemacht auch Marvin ich wollte den holen ich geh jetzt erst 50 zu lang gewagt ja ab dem was gesagt ja der zufrieden sind dann gut ist die Kalt was es ist es ist es ist ein paar Euro auch gut und zu suchen ein Leben ein das ist das ist egal gut aber trotzdem ab ich war ein Laki ich esse Schokolade doch ich auch die Runde aber ich lange wird auch denken nun aber die Wappel ja geht der ich habe Elf mit der normalen Ska im Gold oder Lila kann ich so gut erinnern die Zwiegermeister in der Welt sehen sich die Kategorien kann damit so gut erinnern er hat so gut Leute wenn ihr eine Normale Strafe der Kontinuiti geben um ich habe damit so guten Helm Pütteln ich weiß der Tanzschule ich weiß er hat gesagt was jeder Lacki ich habe und dann kann man was ja den Tanzverbrauchstil her ja ja ich bin der normalen Spar ich so kann das ist doch nicht und die Lille an der Soberteil als die goldene Dinge machen ich habe zehn euro gefunden weiter? ja mehr nicht, wollte nur sagen, da ist zehn euro gefahren ab den E-Mort hat noch keiner von uns, glaube ich, hoffentlich. Was stimmt? Nein, den E-Mort habe ich noch nicht, aber ich bekomme den... Warte, ich brauche nur noch, ich brauche nur noch... Ja, ich brauche nicht mehr viel, dann habe ich den weißen Dingens, brauche ich noch 10.000. Der goldene da. Ey, aber das ist so easy, ne? Aufgaben für den Eiskönig, das ist so easy. Einfach nur... Ja, und der goldene sieht einfach geil aus. Ich hätte jetzt mal wieder schwitzersgenehm. Ja, aber, ähm, ähm, Sensen-Mann-Lucky, den du auch hattest, ist auch, ähm, schwitzersgenehm. Schon weg, ne? Ne, aber nicht so wirklich. Schon weg, ne? Ne, aber nicht so wirklich. Betten, die haben uns gemeldet. Sorry. Weil wir die guten Elm haben alle... im Knast. Weißt wegen guten Elm kommen wir ins Knast, ja, man, ja. Ins Knast, ne? Hm, gute Deutsche. Ins Knast, ne? Ja. Ins Knast, ne? Yeah. Ins Knast, ne? Ja. Hä, ich hab doch auf Controller meine Wasserflasche... Ja, meine Wasserflasche ist grad, ähm, gegen Maus gekommen, deswegen. Ausgelaufen. Ähm, Leute, das hab ich jetzt nicht gesagt. Ausgelaufen, ja. Kann man wieder bald verschieben? Kann man mal wieder vergessen. Ich sag, ich schwöre, das ist schon noch. Lucky, das haben jetzt vier Zuschauer gehört, ne? Mach doch. Ja, vier Zuschauer. Ja, ich glaub, die werden alle verstört wegen dem Stream, Alter. Aber die schreiben alle nichts. Ja, dem haben Bock auf dich, dem Klenbrock. Ja, moin. Ja, moin. Du weißt schon, dass du auch gerne im Krankenhaus kommst? Leggo? Leggo, Leggo? Ne, weiß ich jetzt nicht, aber jetzt weiß ich's. Was weißt du, dass ich dumm bin? Nein, Diggo. Nicht das. Lucky, du bist nicht dumm. Wirst auch nicht dumm sein. Du wirst nicht dumm sein, okay? Ich kaufe Deutsch-Buchler für Geld und guck mich an, für ein Wunderchen, was? Lucky, du bist nicht dumm. Du bist nicht dumm. Ja, Digga. Schau mal. Schau mal. Warte. Schau mal diesen Skin an. Und was denkst du dir dabei? 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 Versammte Scheiße. Was? 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 Was kommt denn? Ich bin wieder da. Weißt du, was ich zum, äh, weißt du, was ich zum, ähm... Das ist der beste Skin, Digga. Ich fahr. Weißt du, was ich zum Lucky gesagt hab? Er soll mein Cousin in Ruhe lassen. Ja. 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 Ja, der sieht einfach so geil aus. Der Fisch hat seinen Traum erwacht, er kann fliegen. Was ist denn, der Fisch, oder? Schreibst du, Digga? Ja. Ja. Ja, du bist, wie ein Cousin. Es wunderschön, der Fisch. Was? Weil, den was rollig. Mach, 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 mach. Wen machst du mir jetzt mehr? Den, äh, den Krypto oder den... Dein Fisch? Fisch. Äh, mich nicht mehr, merk ich mir. Ich würde den Krypto, ich würde dann den Krypto nehmen. das ist die Strecke dieses Fischstiger Fisch mit schwarzem Ritter Digger Schützer Batschwitzer episch müssen wir jetzt was man nicht beschafft es schaut nicht an die Gäte die Verluste und die Strecke von beiden vor allem deine Krüppelbeine voll der fette Kopf Digga dann so Lauchbeine ich liebe diesen Skin will ich nicht was was du bist mein Vater ich bin meine 10 Euro weil vor mir liegen grad 10 Euro das ich weiß nicht Lukas Mann ich hab auch schon ganz Magen was soll du durch aber alle nein du wolltest erst durchmachen hast du aber gesagt dann doch nicht ja ich hab mir das gesagt ja ich mach durch und dann nicht mehr ja fisch jetzt nicht an du hast du zu der Leichtung gesagt du äh du äh machst du wahrscheinlich bis Eis und sag mal nur du wunten nur bis 15 Minuten alter hä 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 ich mach doch bis zum 1 was willst du nein tu der Leichtung vor allem den ersten Menschen ja und ach so ja weil da da musste ich ins Bett kann ich auch nichts für wenn meine Eltern sagen geh jetzt ins Bett ne Fabio du wolltest gestern auch das um eins machen doch das aber nicht ich hab ich hab ich hab ich hab aha das stimmt aber du hast nicht unsere Paten Fisch-Scan spielt ne Digger ja Digger ja Digger Lack ihr doch nicht den Fisch-Scan haben ich hab ich nicht mehr ich hab ich nicht mehr du schenkst den mir nein ich hab mir nie wieder mehr ich hoffe der kommt nie wieder in den Shop Digger das ist ja so der kommt noch im Shop ich mach ich nicht mehr ach ich nicht mehr ach ich nicht mehr das geht das geht der Papa dachte du wolltest gerade ein Million 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 Dolls mal was bei mir kommt jemand was er kommt und wird gefinisht ja jetzt macht ihr den Loser Tanz Digger was ich hatte volle Schild er gibt mir Headshots ey hä ich hab dich man du lass dich man warum hast du Kottos hä hä das geht gar nicht ach Digger man ist so ein Arsch kraft ihn jetzt auch verdient das ein Stück bei mir sind zwei und so ein abgehauen ja und ab Digger was denn das die 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 Leute wer will meine 10 Euro haben die 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 Verlote als Dankeschön oder so ja ich ich weiß nicht mal wie ich das dann nur überschicken soll ja keine Ahnung du kaufst davon eine Paylife Karte und verlost die halt oder so ist so ich weiß schon was ich mach für ein Special für die äh warte wie viele Abonnenten habe ich 36 36 36 Stunden durch für 36 ja jeder Abo eine nein du machst jede jede Stunde ein Abo mehr ok beginnt aber ab jetzt beginnt aber ab jetzt beginnt aber ab jetzt weil ich kann nicht so ich kann alle neue Handys wir müssen machen ja ich mach mal eine ja kann ich machen ja 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 ich werde ja morgen auch noch mal streamen da schreib ich denn pro Abo ähm eine Stunde mehr ok ich hab ein millionen dann lass mal was ey weißt du und dann bekomme ich 10 Abos sogar und dann muss ich 10 Stunden machen Digga läuft aber aber ich stell mir einen Wecker ich stell mir einen Wecker ich bin morgen nicht äh ich geh 10 Uhr bis 19 Uhr bin ich wecker morgen 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 ist der 31. ne warte warte 28. ne ne 29. der wundert mich auch digga warum geht das so digga langsinnig digga lag ich bin grad zu dir irgendetwas mit wirst n warte 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 weiß noch wo wir in meinem haupte wenn er versucht ich habe dir hier ist es warte hier auf einer Laufbahn einer Laufbahn also wie du Morgens 1 die Städte so gut die Ehemann und der dieses nach dem Weg die Städte ist der einzige von seiner Art die Karte das ist der einzige von seiner Art. Okay, lach nicht. Ich weiss jeden Wurm, sehe ich so aus, Alter. Ich wette, alle Fisch sind, sind schwitzt das Gänstige. Safe. Also lach nicht über die. Da kenne ich noch eine Schaue, haben wir A-R. Ja, ziehen wir gleich mal an. Haben wir A-R-Mon? Ja, haben sie eure Macht. Dann kann ich mir ein kleines bisschen was geben. Leute, Leute. Soll ich mal, soll ich ein Video machen über meine ganze Routine? Also, was ich halt, ja, morgen Routine, soll ich mal machen? Ja, aber dann muss ich über Handy machen, weil ich habe keine Kamera. Ja, ich muss unbedingt Tippy Stream machen. Ja, ich muss unbedingt Tippy Stream machen. Komm rein. Ja, warte. Schlüpf in die Alter. Aber diese 10 Euro, Alter. Ja. Aber dann muss ich erst mein Zimmer aufräumen. Leute, ich räume jetzt mein Zimmer auf, damit, damit ihr für morgen mit Videos besorgt seid. Ey, Jungs! Lynn, Michael. Klagier. shit. аем Gonchen. Eier. udo Ah, Junge, der trifft ja nicht! Bruder, was ist das? Hat er auch so ein Choice-Signitur, oder was? Einer ist im Dach! Pits, hab nur noch 10 HP. Achso, die. Wir sind schon voll. Äh, Leute, lasst aber mal einen kreativen Modus machen. Äh, Junge! Boah! Lideratner Rück, Alter. Junge, ich bin los. Oh, groß, danke. Ey, Lucky, ich hab Medikit für dich. Lucky? Ja? Machst du denn mit, bei Crypto sagt, nach der Runde, die ihr spielt? Oh, ey, ich wollte den Ding herunterladen. Jetzt mal, dann hör doch auf! Lucky, machst du denn mit? Ja, ich will die Tour aufmachen. Ich wollte mir aber danach Horizon Zero Dawn runterladen, okay? Hast du das richtig? Ja, okay. Aber kannst du denn mit uns zocken einfach? Lucky? Aber dann leck das Astus Necmonia. Nee, legen tut es nicht, aber... Ich brauche auch Sniper, ich brauche auch Sniper. Ich brauche auch Sniper. Hallo, ich hab's schon fest, komm. Nee, okay. Ich geh mir einfach zu fest. Und wenn, äh, wie lange dauert... Oh, ich hab's ab, der Ad kommt, ähm... Lucky, weißt du, wie lange... Ja, moin, Digga. Das ist ne Paradise. Da unten ist Werner. Wow, hab ich noch mal. Oh, Halle, aber ich geh nicht Spiel, Shit. Also wenn du dich zu spät umdrehst, hast du verloren, ne? Dann kannst du nicht mehr mitmachen. Habe ein. Nice. Ja, ey, müssen wir wieder... Absolut nicht am Start. Habe ein. In einen anderen Livestream. In einen anderen Livestream. Oh, Halle, ich mach das... Ich mach das in einen anderen Livestream. Ich mach das in einen anderen Livestream. Hallo, die kommt zu mir. Ja. Wo denn? Ja. Ey, Digga, ist doch nicht wahr, Alter. Ey, Lucky Bombschen. Warte, will ich nicht Mavin anschauen. Mavin, 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 Mavin! Ey, Mavin, du, du Traminer, Digga, halt mich doch! Ey, Digga, ich hab's nicht gemerkt. Ey, Junge! Sag, hier hast du noch Minis. Einem, hier. Fabio, du, du hast gesagt, wir streiten uns nicht mehr um den Loot. Na, ich hab hier auch nicht gestritten. Ich meinte halt nur so, er soll mich heilen. Ja, ich war bei dem ich... Doch, du warst! Jetzt streitet euch nicht! Wenn ihr euch jetzt streitet, spiele ich gleich Solo. Ja, ich war Lucky. Jetzt noch ein Biggie, Fabio. Mavin! Ja? Jetzt noch ein Biggie. Jetzt noch ein Biggie, da unten. Ja. Oh Gott. Ich hab noch Lagerfeuer versauen. Da liegt noch der Heavy-Sniper. Ey, kann jemand Verbände mitnehmen? Ja, bei drei kann ich, naja. Nein, da liegen noch nicht. Okay. Da liegen noch fünf. Ja, Lucky, du hast ne Golden Skala liegen gelassen, aber... Hat jemand Raketen? Entschuldigung. Hehe. Äh, ja, hab ich Marvin. Kommst du zu mir? Marvin, ich hab welche. Ja, komm her, komm her, komm her, komm her. Das ist voll gut. Hier? Lucky? Ja, warte, ich versteck mich hier kurz drinnen, weil ich mich kurz mal umziehen. Mein Bauch tut weh. Hey, warte, wir sind zu drinnen. Einzelne Team. Ja. Nein, äh, äh, entweder leben noch zwei Teams. Oder ein einzelner und ein vierer Team. Da vorne ist jemand. Warte, Lucky ist los, warte. Warte, Lucky ist los, warte. Ach, der Gächer hätte den jetzt snipen können. Ach, Mann, Mann. Lucky... Lucky oder Lucky halt erst... Spiel, äh... Aber das dauert halt lange. Ist doch egal. Du machst... Du machst... Um ein Ohm, morgens. Dann mach, ähm... Ruhe, äh... Haltung. Modus. Und dann... Ruhe Modus. Oh, Digga. Ich hab ihm so die Ehre genommen, Digga. 345er Schaden, Digga. Uuuh. Dann 5. Ich bin nicht raus. Ich finde es doch Streit. Digga. Ey Marvin, schieß mit der Rocket Launcher da drauf. Runden. Sie ist Rocket Launcher. Ja, warte, warte. Warte, warte. Ich muss nur, weil ich schließlich fließe. Ich ziehe da jetzt raus. Mit voller Erdung. Ey Digga, wenn die denn jetzt wieder heilen, Digga. Haben die denn natürlich... Haben auch Rocket Launcher. Nein, nein... Dich. Ich krieg jetzt noch Heiner. Hallo? Pass auf, gleich noch recht. Och, digga Fabio. Mir leid. Irgendwann noch? Hier liegt noch... ...fann schon ein dicker Loot. Fabio Deco! Guter! Irgendwann, ich hab kein Fäscher. Guck mal. Guck mal. Noch 3 Gegner. What? Ey, Digga, wie bekommt ihr mich, Alter? Jaaaa! Marvin, lass dich zum Lücken! Marvin! Och, Digga. Marvin, Marvin! Hey, Lucky, Lucky, hast ihn doch! Achso. Also noch 2 Leute. Gleich. Aber vielleicht auch nur einer. Boah, Digga, bitte. Warte, ich kann noch nicht. Von wo, Digga! Von hinten, Lucky, von hinten, Lucky! Du bist von hinten. Ein Bett! Nein, das ist auch groß. Ben, Alter! Hallo? Nein. Okay, gut. Ach, Digga. Der ist aber nicht in der Zone, halt. Ben, was macht der? Das ist aber kein richtiger Ben. Das ist kein richtiger Ben. Hab ich an seinem Rücken, das ist so erkannt. Wo ist er? Ja, deswegen kriecht er, ne? Ja, hm. Ja, guck mal, das... Lucky, das ist noch etwas Assoor von Raptor, glaub ich. Ach, Digga. Das kann man nicht wahr sein. Hey, nein, das ist von dem Lippkuchen-Prozessor. Der ist bei mir. Der ist hinter dem Baum da. Digga, das ist kein Noob. Komm, willst du los? Das ist kein Noob, willst du mich verraschen? Echt nicht? Das war der Schle... Ohne Witz war jetzt der schlechteste Witz der Welt. Ne, von oben. Digga, egal. Juckt nicht. Lucky. Wieso Lucky? Du hast deine Fischfamilie damit nicht gerettet und Spaß. Lungs, kann mich einer hochhehlen? Warte, ich muss dich hier aber grad hin. Maveln. Maveln. Maveln, bitte. Maveln, bitte. Maveln, jetzt hier ihn doch einfach! Warte, du... Ja, okay. Nein! Maveln, jetzt hier. Aber ich hab Bandages. Noch mehr, wenn du willst. Ja. Ich hätte der Rocket Launch geklaut. Das mach ich nicht. Maveln. Nicht so ein Mensch. Nein, Spaß. Nein, Spaß. Warmeiler! Eppel schön sinkt mal wieder mit Null Kills. Ja, Mann. Natürlich. Lucky, Lucky kannst du das bitte um ein Uhr herunterladen und dann lass es einfach... Da machst du auf Ruhrmodus und dann hast du es morgen früh, wenn du aufstehst, fertig. Bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte. Bitte, 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 bitte. Aber ich soll mal natürlich mal ausschalten. Die ist doch dann auf, siehst du raus. Die machst du Ruhrmodus. Ja, nee, im Ruhrmodus. Ja, nee, im Ruhrmodus. Ja, nee, im Ruhrmodus. Ja, ne, im Ruhrmodus. Ja, ne, im Ruhrmodus. um das war ja spiel wieso stand da ja stimmt ja ich ehren ich habe ja noch nicht ich lief raus ich ich trete aber auch mit spielen ich lief aus er hält bei kreativ modus da kannst du doch auch mal her da kann sie doch auch noch machen ja, wir sind aber noch mal ja, okay, lucky aber bleibt schon bei unserer Party ja, okay, gut ähm, äh, ich lade, ja hast du es eigentlich ja gesagt, dass du nichts machst, oder? ja, Rohanl ist doch noch da äh, ich bin in der Kreativwurus, die kann sich zu spielerinnen aber bei, äh, Kreativwurus, da kannst du mitmachen, lucky nein, das wollte ich jetzt nicht, tschüss so egal, bleibt es gut, okay, bis dann, ne, ciao, ciao bleib, 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 okay ein joke ja, ihr seid doch eh Dinge zum, äh, oder? ja, ich spiel, äh ja, genau Part L spielt schon ich frag euch, was denn am nächsten Season passiert krass zum klo guck, mach jetzt einfach fahr er dann geht das du nochmal geschickt hast ja ja Prozent Prozent die Weisheit im Handy funktioniert nicht hier he he hier kann ich in den nächsten Tagen machen die den Lenk schicken hey abrufen ich hab ein Kabel auf dem Fuß sauer herrlich wird nicht versteckt oder du musst das machen du musst mich ein du musst das machen hier steht mein Name noch mal wir können auch heidens sieg machen ja okay dann können wir heidens sieg machen deswegen fangt ihr auch an aber ich warte kürz bis okay ich stimme euch jetzt okay bis dann jo viel spaß ja tschau ja aber er hat ja mich als freund gelöscht was eigentlich total dumm war mich hat er noch nicht als freund gelöscht ja du lade ihn doch ein nein ich guck aber er mich nicht als freund gelöscht hat oh hallo du musst jetzt bei mir machen weil guck mal es funktioniert nicht ich geb dir deinen Namen schon zigtausend mal ein ja ich hab ihn ja nach hinein oh hallo ich lade dich ein oh hallo ich lade dich ein oh das ist die so scheiße hier wieder so jetzt jeder scheide hier wieder man wollen wir spielschut gehen ne 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 können wir gucken oder wer redet ja auch ja okay dann das spielschut hallo oh hallo oh hallo oh hallo oh hallo ja ich bin hier ja du hast du dich jetzt freund gelöscht voll dumm aber egal so alle mal bereit machen wir machen jetzt suchen und verstecken ja warte ich muss noch kreativmodus ja bist du doch bei mir du bist bei mir kreativmodus holla ist bei mir eigentlich schlecht warte ich steh ihn kurz mal laut hm Marvel du musst ja mal gucken ob es passt ne hm 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 ja bei mir ist nicht als hintergrund kreativmodus Fabio wieso bekommst du eigentlich Handy hm hm weil es auch meine Möppels ja und interessiert mich das rolla rolla mach mal bereit weißt du was Fabio niemand bekommt ein Handy nennenschluss doch Fabio kann ja nicht Fabio Fabio es es muss ein Handy dabei sein weil ähm wenn du ja den ersten gefunden hast der ist ja dran noch weiß er hat er erst in ich heiße schoel aber okay um alle kennen uns hier wir kennen machen wir jetzt die genau man suche nach updates macht mehr akku nach jungen auch ohne jungen er weiß was geht sie raus und die dritte Prozent ich muss mir und hört was sie ja Björn ja richtig der jetzt so weit stetze wie sollt er jetzt verlassen dann spielt das bau nicht Ohala wir machen jetzt aber suchen und verstecken ne? Weißt du oder? Ohala? Mach auf öffentliche Server weil bei den anderen kann ich nicht rein Ohala Ohala Hallo Ja wir machen jetzt suchen und verstecken ne? Ja aber mach mal beim öffentlichen Server sonst kann ich nicht reinkommen Ja der Fabio macht das hier alles Kommt bei mir rein ja du musst Dings machen auf öffentlich vielleicht Weil da steht nur Zero von den Eindern Hey Jungs soll ich euch mal allen einladen? Weil bei mir das Hintergrund ist gleich die Fotos Ähm Also Also Ich hoffe Ihr teilt Äh Ohr drücken und dann schauen ob 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 es der Name steht Was soll ich? Du sollst auch Abbrechen gehen und dann auf sein Name gucken Bei den Kreativmodus wo es steht Ja abbrechen Ach Digga äh Ja da steht nix man Mach mich hier wieder aggro Meine Fresse Was? Geh mal auf öffentlichen Server Der Der das musst du den Fabio fragen nicht mehr man Fabio komm mal Party Chat Der Fabio Ja Wie denn? Du hast auf Privat Ja Da steht nur Zero HD Und öffne einen Server Digga Du hast auf Privat man Hier beitreten über Dings kann ich auch nicht Drück O Hätig aus kreativen Äh nochmal raus und dann geh wieder rein Ey Digga Alter Dann klappt das Bestimmt Wenn's nicht klappt dann ist auf Privat Dann geh nur nach oben Da steht echt kein Fabio Ja guck Da Da steht nix mit Fabio Digga Warte, warte, ich guck mal. Ja, weil er privat gemacht hat. Warte, ich warte, warte. Bleib in deiner Welt. Vielleicht, wenn ich da jetzt selber reingehe, in einen anderen Server. Also in meinem Server steht da, steht da bestimmt auch Fabius' Name in der Starter-Legelter. Ja, ich hab' mich jetzt verlassen, wie geil. Ja, jetzt öffne ich. Nein, wir machen hier meine Welt. Ja, ich hab' ja gemacht, ich mach' öffentlich, ich geh' da rein. Warte. Spielgarten mit 10 Euro herum, mit 10 Euro. So, es ist schlafen. Äh. Warte, ich hab' jetzt gemacht. Warte. 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 Warte, gute Warte, 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 Tcha dass der Fabio als Freund dreht es ihn einfach bei hallo ich kann nicht rein ja wie er zu verraten ist um komm mal jetzt spiel ich mach dich aggressiv ja ich weiß jetzt ist meine nicht wundern bis zum wissens okay Fabio aber ist ja deine map also fängst du an da steht nur mein Name ich bin grad vor meinem Stein aber nicht vor Fabios Stein Guck mal rum ach da frosten drin geh geh in eine Schuhe nach Serva geh da rein und dann ziehst du drückte über mein Serva was das ist nur ein Haus da soll man siehst du mich hier die ganzen Sachen hier ich bin wenig aber ich hoffe es geht das muss man noch mal machen auch so lange verstecke ich mich Dorni ich sehe dich eh gott nicht ich muss grad was machen schau was dein eigenes Account zu machen hast du schon einige Nummern meine Damen meine Damen meine Damen die Nummer kann werden es gibt sehr gute Versteckung ich brauche ich brauche Wengel 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 ich mache es auch Dorni 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 M Dorni versteckten bis er er ja ich bin dann nicht mehr proben sich ihn nie weiß wir spielen keine Ahnung jahre er war eine Karte ausmachen weil man sieht auf der Karte wo man ist er wie soll ich euch ausmachen das weiß es nicht ich weiß nicht wie geht es es ist wie das Ziel der Tülle ist erhältlich nicht mehr zu sein ich muss doch kommen und auch steht die Blöder hochzukommen der Schwarzbeschleunst er war auch den Weg dafür es geht ja nicht mehr Prozent die Künstler bei der Waren hier kann sich die Masse und was man kommt da nicht mal durch was ist das man kann sich hier ist ein loch da kann man sich nicht mal verstecken da bleibt man hängen man ich hänge jetzt fest ich hänge jetzt meine fresse kein bock mehr was ich darf man ich darf man versteckt machen okay okay außerhalb manchmal so hätte das öffentlich da kannst du beitreten und ich konnte beitreten es ist nicht und nicht oder was der ist bock 0 ja wenn alle blöde hier nichts an zählt ja bei mir ich hab nicht privat ich kann nicht nicht man ist nervt übel ich redet einfach jetzt in der Lobbyball Mann 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 du ey der Böhn hat mich schon rein warte ich schlag mal den Böhn in der Böhn ah ne der der Böhn nicht Leute mach die stecken wir zu und ich spür mit Böhn ja du bist doch bei mir drinnen Digga ich bin bei Böhn dran aber egal hallo 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 ja ich weiß nicht wie es so man sich den Battle Pass vollkauft das sind 100 Euro ähm du gehst auf Battle Pass in Städter unten ähm Battle Pass Stufen kaufen oder so keine Ahnung dann gehst du auf Viereck und dann kannst du dir kaufen ach so du spielst auf ich weiß ja ja aber trotzdem ich weiß nicht das kostet doch Geld wieso macht man sowas keine Ahnung äh 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 ja ja ihr beleidigt mich nicht äh 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 hast du schon einen Ark? nö ach kauf du das bitte mal bald ja mach ich wie teuer ist das nochmal? ich hoffe es ist auch nicht helfen bis jetzt hab ich bis jetzt hab ich nur 20 hm hm ja da war mein Handy ja äh bohra hm ich kann nicht bevor ich hier reinkomme ja hallo wer hat diese Musik an? hm hm ich mach jetzt Copyright also nur die Schilder zuerst hey du sie raus nicht mehr hm 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 Bananenticker und mit dem Karpfen mit dem Fisch eh hm 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 poet hm 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 jetzt bin ich verwirrt sie sagt die ganze Zeit Paul ich verstehe dauernd Paul sie heißt Paul ey, oh und bin ein Mädchen ok da war ne Heavy drinnen ja ich muss ich muss aber meine Fische ich muss sagen meine Fische mit Katzenfüttern wie alt war die eigentlich? sieben oh nein man verwirrt mich nein das war ein Spaß ich bin nur nicht sieben mit sieben Fortnite spielen ich hab ein Freund der mit sieben Fortnite spielt ich hab letztens mit einem gespielt der ist fünf was? aber ich kann auch einen YouTuber der fünf ist und spielt richtig gut Fortnite wie gut seid ihr trocken hat wie gut seid ihr trocken hat alter mein hässlich wo ist dieses dumme Empel das die geht wo ist dieses dumme Empel wo ist dieses dumme Empel wo ist dieses dumme Empel das die geht die geht wie gut ist das ihr habt wo ist das co hey nein ich hab die die nach der runde mein armer stream nein eins nur schuss das war der falsche Nein. Nice cool. Hm? Der hat ihn auch. Warte mal. Ich geh mal kurz party shut. Das ist uns einfach ein Stich, Alter. Der hat den direkt Henshot, Digger. Was ist das? Mann, Alter, ich hab's keinen Bock mehr. Natürlich bekommst du ihn, Alter. Ihr habt uns hängen. Lucky, ich dachte, du wolltest nicht spielen, weil du denkst. Ich dachte, du ladest hier ein Spiel herunter. Ja, weil keiner mit mir spielt, Kripto. Ja, Digger, ich wollte auch mal wieder mit den Brüdern spielen, weil ich schon sehr lange warte auf ihn, ja? Also, mit dir spiele ich jeden Tag. Also, sag mal, ihr sitzt nicht angepisst, nur weil ich jetzt einen Tag mit denen... Zack, Alter, was willst du, Mann? Warte, warte, warte. Warte, warte. Warum hast du mir nicht erzählt, dass du einfach hier zur Umwelt zu spielen? Ja, Digger. Ja, Digger, weil er mich ganz spontan eingeladen hat und ich, äh, vielleicht aufgeregt war, weil ich ihn mit, äh, weil ich mit ihm nur einmal vielleicht gezockt hab, hm? Mit dir zock ich jeden Tag, Alter, und du bist nur angepisst, mach ich jetzt... Geh, Digger. Ich bin schwer, den hier. Der guckt, du bist so angepisst, Alter. Ich hab' ja noch gesagt, das spielt doch mit ihm! Ja, guck mal, wie du angepisst bist, Mann. Okay, ich hole alle drüben. Ich hab' ja erstmal gefinst, ja? Okay, ich hole alle drüben. Nein, meins. Nein, meins. Old, Bjarne ist wieder am Start. Na, das ist mein Mut. Okay. Okay. Old, Bjarne ist wieder am Start. Oh, danke. Hä? Hat einer Moni für mich? Für was? Für was? Für was? Für Pamp. Ja. Ich könnte hier ein bisschen geben, aber nur drei Stück hals. Hehehe. Hehehe. Jetzt hab' ich nur noch elf Schuss. Ich hab' sie... Oh, das, äh, da liegt einfach mal ne... Ich hab' ein Graues, will zu haben. Ich hab' ein Graues, will zu haben. Hat der Sniper-Money für mich? Ja, hier. Nope. Einen Schuss, ne? Nee, okay. Na. Komm, du, äh, dafür das Graue, Stunkel. Ich hab' eh noch ne blaue Ampel. Jetzt alle meintet so'n, äh, zusammenkommen. Komm' mal, komm' mal alle her. Komm' mal alle hierher. Ich komme. Wo bist du? Hä? Andere Seite. Links nicht. Ach da. Du schießt uns runter, ne? Nein. Nein. Kommt her, alle hier drauf. Paula, komm' hier rauf und leg's weg. Mhm. Ja, Mann, ja. Mhm. 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 Oh mein Gott, ich wär' fast runtergefallen. Nein. Ich hab' eine blaue und drei lilane Waffen. Ich hab' zwei blauen Waffen. Eine blaue, eine lilane und eine grüne. Ja. Wie viel Holz habt ihr? 192. 162. Ja, okay, dann halt nicht. 600 Stein und 116 Metall. Geh' ich noch? Wo? Flugzeug. Ja, Flugzeug. Ja. 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 Wir schon. Ich hab' eingeschrungen. Und was war drin? Doch, danke. Ich brauch' die Minis kurz. Lass' das bitte kurz liegen. Danke. Ihr bitte, Paula. Paula, bitte. Ich kann nur einen nehmen. Nimm noch trotzdem zwei, dann geht's schneller. Nee. Dann. Nichts. Marven, wo geht's hin? Marven, wo geht's hin? Flugzeug holen. Flugzeug holen. Tschüss. Tschüss. Da geht Flugzeug holen. Ich auch. Flugzeug! Was ist denn, ist das kaputt? Aua. Aua? Aua. 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 Marvin, flieg mal da an, wo... die Hände. Halt'sche Waffe, du. Aua. Ja, wo wir... Aua. Da an, wo die fliegen. Aua. 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 Da wo die fliegen, man. Die fliegen grad im Kreis. Aua. Wo? Ich komm gleich wieder. Der Kerl ist aufgesprungen. Der Kerl ist aufgesprungen. Der Kerl ist aufgesprungen. Meine.. OO, das sind zwei. Habe jetzt halt nur einen gesehen, aber... Aua. ich Magen dann nicht ein 3 3 4 einiger das waren zu viele Oh, drei Kills. Ich hatte drei Kills. Ja, dann tschüss, Leute. Oh, tschüss. Ja, das sind wir da drin. Annen wir uns da. Ja, das sind wir da. Was ist das, was ich bin? sind doch m das so angehen um wir haben einen Quatsch nehmen, weil hier ist Quatsch ja, können wir machen jo Leute, das war's mit dem Stream, ich hoffe ihr habt noch einen schönen Abend und ja auf ihn